Hier sind die Spandauer Outlaws News. Spandau. Ja, wer hätte es gedacht, ne? In Spandau hat sich eine Gruppe supertalentierter, gutaussehender und wirklich astreiner YouTuber zusammengetan. Und sie haben das Spandauer Gulasch Squad gegründet. A la unnormale Belohnung. Namentlich haben sich da der gute Hack Hanno, der Stechsterzig, der Krawallkalle und der Popel Papo zusammengetan. Wobei ich mir beim Popel Papo nicht mehr so sicher bin. Da muss ich vielleicht nochmal genauer nachschlagen, was das jetzt für einer war. Ihre erste Errungenschaft wird The Cycle sein. Der Herausgeber Jager hat direkt alle unter Vertrag genommen und hat gesagt, dominiert mal gerne mein Spiel, alle. Passend dazu hat The Cycle die dritte Season rausgehauen und die bringen natürlich wieder einen astreinen Battle Pass mit, wo man sich krasse Cosmetics freischalten kann. Ich sag's, wie es ist, Bruder. Außerdem mit im Spiel ist jetzt der Ressourcentrain, der ja wirklich unnormal viele Ressourcen von A nach B bringen soll. Außerdem wurde das komplette Hauptmenü jetzt in die Prospect Station umfunktioniert, was ich persönlich also, muss ich jetzt mal ganz klar sagen, unnormal belohnt finde. Ebenfalls Spandau als Zeichen einer Anerkennung haben die Hersteller von The Cycle direkt auch mal Hand angelegt. Die haben nämlich hier für den guten Hack Hanno und für Krawallkalle schöne Sachen ins Spiel implementiert, was man sich an die Waffe stülpen kann. Zuschauer dieser Produktion können sich übrigens auch den Kalle aller Anhänger aufs Gewürz zimmern. Das Ganze passiert kostenlos und die ersten 3000, die bekommen das Gerät direkt ins Inventar gelegt. Ebenfalls kostenlos ist natürlich auch The Cycle selbst. Da kannst du da mal den Link in der Beschreibung abchecken und unnormal reinbuttern. Genauso wie das Gulaschsquad. Ich sag's, wie es ist. Im Nachfolgenden haben wir eine umfangreiche Berichterstattung über das Gulaschsquad präpariert, wie sie mit absolut dominanten Leistungen The Cycle und Fortuna 3 bespielen. Mats ab, Allah. So, damit herzlich willkommen zum Spandauer Gulaschsquad, Allah. Wir nehmen jetzt hier zu viert The Cycle auf. Mit dabei ist der Hanno. Moin, Freunde, der gesunden Genesung. Der Sterzig. Der Papo. Warum war ich der Letzte? Und der Kalle. Ich bin das Letzte. Erstmal müssen wir unsere Gesichtsbehaarung hier präparieren. Äh, Quatsch, was darf ich? So, ich hab's gerückt. Schön. Hat sich auch optisch hier einiges verändert, wie man sieht. Beim letzten Mal hat man quasi so ein Menü gehabt, als wir das gezeigt haben in Season 2, jetzt in Season 3. Das ist hier so eine kleine Serie, wo man so rumlaufen kann, theoretisch, ne? Nicht nur theoretisch, Kalle. Praktisch. Viele Orte besuchen kann. Gleich steigen wir auch nochmal ins Game ein. Hallo und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Vergesst die Glocke nicht. Hey, Leute, herzlich willkommen. Freunde, herzlich willkommen zu der neuen Runde. So, und hier ist... Schuhe das aus meinem Menü. Seid ihr Korolev, Osiris oder Izzar? Ich bin Korolev, Alter. So, da sind wir auch schon in der Kapsel. So, da werden wir nicht abgeballert, Alter. Raus aus der Kapsel. Die Klappe geht auf. Zugriff, Zugriff. Auf meinem Mausfeld steht Proxer. Das ist ein Pro-Gamer. Das heißt, ich bin krass. Ja, ich bin entspannt auf den Montag, wa? So, wo sind die ersten Kristalle? Da vorne. Attacke, Attacke, die ersten Kristalle. So, lass mich mal hier rein in die Olga. So, wo kommen die ersten... Da kommen Gegner, Gegner. Eliminiert. Neutralisiert. Ausgeschaltet. Wir sind Platz 1. Alle High Five. Oh, neue Gegner. Zugriff. Ballern, ballern, ballern. Schön auf die Fontanelle. Schönes Ding. Schön gemacht. Reiner ins Gehäuse. Und einsammeln. So. Go, go, go. Er ist weiß. Oh, nimm den Mega-Kristall. Jawohl. Jetzt müssen wir aufpassen. Koordiniertes Auslöschen von Gegnern. Speyer im Anmarsch. Boah, Junge, ich schieße auf seinen Kopf. Konkrete Zerstörung der Gegner. Eliminierung, digitale Monster eingeleitet. Das ist gar nichts für das Spandowa-Gulasch-Squad, Alter. Ey, noch mehr Gegner. Oh, mein Gott. Oh, wir sind schon auf den dritten Platz abgefallen. Das müssen wir ändern. Oh, da sind neue Gegner. Neue Spießer. Äh, Speyer. Ich aktiviere noch den Kleinkristall hier. Aktiviert die Glocke. Aktiviert das Gehäuse. Oh, da kommt ein Großer. Wir brauchen... Da ist ein Wächter. Ein Wächter. Ich will Wächter. Marshalona. Oh, oh. Alles voll schnell. Erste Bohrung, Achtung, ins Knie und weiter. Oh, nimm mal mit, das Zeug. Abgeschlossen. So. Easy. Wir sind wieder erst und du liegst in Führung, Alter. 576 PDW wird angefordert. Ich werde auch ne... Das ist mir ne Waffe kaufen, Alter. Papo ist einfach ganz woanders. Papo. Ja, ich... Papo, komm, komm, bitte zurück ins Glied. Zurück ins Glied, bitte. Ich hab geflogen. Lautes Gegner. Wizard, Wizard, Pika, Pika. Angriff, Agus, Agus. Er schieß die Sau. Wizard, Pika, Pika. Ja, wir haben Abflug gemacht. Ja, ja, ja. Okay, könnt ihr aufhören zu singen? Das ist mein Video. Entschuldigung. Das spiel ich halt nicht mehr mit dir. Die ist reingehauen. Leute, wir sind Zweiter. Genau vor mir reingehauen. Leute, die, die nicht stehen bleiben. Aui. Habe einen eliminiert. Schönes Ding. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Feuerunterstützung. Ich brauche Unterstützung. Ja, ja, sehr gut. So, jetzt haut er ab. Hinterher, hinterher. Hinterher, der haut ab. Oh, der hält sich wieder hoch. Nein, der kann sich noch nicht hochheilen. Ich seh, ich seh, ich seh. Suppressive fire, need assistance. Walahle, Ahmed, Handulach. Shish, Kebab, Met. Nicht zu viel splitten, Aila. Lass mal beim Team bleiben, Sterzek. Okay, hier ist einer. Uuuuh. Ich esse Gulasch eigentlich gerne mit Spirelli-Nudeln. Oh, ich habe von jemand anderem das Erz geklaut. Die Kristallis. Hier, hier, bei mir, bei mir. Ich wollte hätte links, 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 links. Hinter dir, Max. Hinter dir, Max. Okay, Slash und Max. Walahle. Walahle. Ja, T-Baggen, T-Baggen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Jawoll, eliminiert. Einfache Übung. Ja, vielleicht ein, zwei Gänge runterschalten. Ey, hier ist ein richtiger Kristall. Den müssen wir benutzen. Warum schmecke ich gut? Warum schmecke ich gut? Mach dich weiter weg. Oh, da ist ja ein Gegner, oder was? Nee. Der war schmackhaft, oder? Boah, langgezogenes Gerät. Zugriff, Zugriff, die kommt nicht leider hoch. Einfach richtig fokussend. Zugriff, Alter, wie er auch einfach pennt. Und jetzt einfach richtig aufs Maul bekommt. Tötet die, tötet die. Ich hack ihn. Ich hack ihn. Jawoll. T-Baggen, T-Baggen. Alle T-Baggen. T-Baggen. Okay, hin, hin. Okay, 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 okay. Du Mierer, du. Du Nuuuub. Wo sind deine dreckigen Scheißfreunde? Die werden zugehagelt. Das ist ja gar keine Schuhe. Also zu viert sind wir einfach unbesichtbar. Walach mit Händelah. Wir sind immer noch Zweiter. Das müssen wir ändern. Oh, Monster. Es leckt wie Scheide. Ich plündere das mal eben. Oh Mann, du hast es allein geplündert. Ja, ist ja auch mein Video. Genau. Kalle, ich wollte dich nur supporten. Das finde ich gut. Kalle, mach jetzt eine Ansage. Ja, wir töten die jetzt. Zugriff. Ich sehe ihn sogar dahin springen. Wüsste es Darkie. Rein da, rein da, rein da. Hier, vor mir, vor mir. Direkt vor mir. Oh mein Gott, ich habe richtig in die Rüstung bekommen. Okay, eine habe ich. Oh, da ist doch ein Junge. Diese Frau da vorne. Ja, mach die weg. Hab sie, hab sie, hab sie. Ich werde auch geschossen. Boah, ich bin überlaubspeichen, bro. Schnell, sie kommt zurück. Okay, jetzt wieder motiviert rein. Motiviert rein. Spannende Musik, bitte. Ich bin tot, Leute. Ich habe einen auf jeden Fall passiert. Richtig, ruhig, ruhig. Komm runter, komm runter, komm runter. Kalle. Ich bin hier der Richtige. Ich bin hier richtiger Sunny, Allah. Gehalle. Oh, Ehre, Ehre, Ehre. Jo, den haben wir. Der wird richtig kaputt. Der wird zu, den wird tot tot. Es geht her, es geht her. Alter, wie wir die machen, wallah. Ja, ja, der Studio. Ja, Alter, alle weggemacht. Ich hab die. Ich hab die. Das ist der Gulasch-Squad, Mann. Lauten feiten welche. Ja, die gehen zum Ewig-Point. Die töten wir, bevor wir es kämen. So, verdracht erfüllt wieder. Wir müssen die auslöschen. Wir müssen die auslöschen. Leute, wir müssen die töten. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir müssen den ersten Platz noch wegmachen. Also, wenn die da reingehen, dann sind die durch. Wir müssen auf die aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass die nicht reinkommen. Wenn nicht hier hinrushen. Um, 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 von da, wo wir kamen. Da kommt kein Team. Das sind die, das sind die. Das ist der erste Platz. Das ist der erste Platz. Die müssen wir machen. 25 Sekunden. Schatz, hast du den? Nein. Nein, nein, nein. Aber unter Beschuss, mach. No, war. Eine Frau habe ich. Die kommen jetzt, die kommen jetzt. Die kommen runter. Die kommen runter zum Schiff. Die kommen runter zum Schiff. Alles zum Schiff. Werde den Partag erfüllt. Einer ist schon drunter. Einer ist an mir close. Ich bin richtig low. Ich bin richtig low. Eine Frau ist fast tot. Das Geschütz ist tot. Das Geschütz ist tot. Und, ach, du Schandes. Das macht ja richtig. Aua. Geht rein. Geht rein, Jungs. Evakuiert. Oh, warum braucht ihr so ein Schiff? Wir müssen den Schiff, wir müssen den Schiff. In der Tasche. Ich bin kurz vor... Ich bin dead. Leute, ich muss... Ich muss... Nein! Ich wurde eingeschäumt. Haha. Versteinert. Aber E-Sport-Henno hat uns zumindest den zweiten Platz besorgt. Gute Arbeit. Leute, das war eine schöne Leistung. Das Ding ist, wir sind vielleicht nur zweiter Platz. Aber wir haben locker alle anderen Squats ausgelöscht, außer den ersten. Also, ich würde zur Vorsicht einfach nochmal einen machen. Aber das war wirklich schon... Die Frage ist, wollen wir das den Gegnern antun? Du, Sterzig, wir sind hier das Gulasch-Sport, nicht ganz umsonst. Ja, ja, deshalb, habe ich ja gesagt, wollen wir das den Gegnern antun? Ich meine, die wollen halt ihren Spaß haben. Aber mit uns wird das halt schwer. Hello! Aua! Wir fallen! Nee, Sterzig, jetzt machen wir mal eine ruhige Runde. Wollen wir jetzt so eine ganz ruhige machen? Ja, lass mal ganz entspannt so. So, Gulasch-Sport, wir wollen jetzt nochmal rein in die Rüstung. Da wollen wir auf jeden Fall jetzt mal schauen, dass wir ordentlich Kristalle bekommen. Einige Spiele abholen. Und vor allem, die Leute nicht ins Schiff lassen. Habt ihr das verstanden? Jawohl, Ster! Jawohl! Ja, dann gehen wir los. Okay. Okay. Affirmative verstanden, Roger Z. Kristall wird akquiriert. Willkommen... Brauche Luftunterstützung. Ja! Oh Gott, er hat mich geschlagen. Alter. Lass dich doch nicht slappen. So, wir nehmen den Kristall mit. Markierung wurde gesetzt. Ein Papo. Bleiben Sie bitte in Kolonie. Okay. Enten Marsch. Oh, hier sind Gegner? Das bedeutet meistens nichts Gutes. Haltet euch im Bedeck. Wir kommen jetzt zu euch. Ich glaube, wir müssen halt auch mal diese Drohnen-Sachen und sowas machen. Ja, lass uns da bitte zusammen. Dann können wir im Süden zu diesem goldenen Kristall gehen, den man ja trägt, weißt du? Ja, Mann. Den tragen wir dann. Aus nordwestlicher Richtung kommen die Roger Z. Roger Z. Take Z. I wanna be the very best. Wie keiner vor mir Rose. Ich nehme mal eben die Kristalle mit. Zack. Na klar, ist mein Video. Ja, ich habe doch gesagt, nimm ihn. Ach so, ich habe verstanden. Nee. Nee. Wir haben hier hinten Kontakt. Oh, doch. Jetzt, 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 ja. Ja, ja. Nicht zu nah ran, Leute. Er läuft fest, wenn wir rangehen. Hä? Was ist das? Das ist einfach nur ein Erdbewohner. Jetzt lass den doch in Ruhe. Ey, jetzt habt ihr uns die ganze... Jetzt haben wir die Führung verloren. Ja, warum bist du da mit uns gekommen? Ja, weil ich hier... Schauen muss, dass ihr nicht sterbt. Ich dachte, wir sind Freunde im Gulasch-Squad. Ab in den Süden. Ja, ist doch nicht. Scheiße. Ich finde voll cool, dass wir das Gulasch-Squad sind. Wir sind voll die coolen Freunde. Ich mag Gulasch. Ich mag die nur mit Spirelli-Nudeln. Da bin ich ehrlich. Die ballern, die ballern. Bestell, bestell, bestell. Ich bestell auch. Ja, aber die haben auch nur Pistolen. Nee, ich habe jetzt eine Waffe. Alter, jetzt geht's los. Rüeber da, rüeber da. Zugriff, Zugriff, Zugriff. Ja, da hat einer gar kein Schild mehr. Zugriff. Ich habe ganz stopp gewehrt. Oh, ich muss mich zurückziehen. Ich habe richtig viel Schaden gefressen. Aua, aua, aua. Aui. Ja, mach ihn nieder. Oh, wir werden auch von der anderen Seite angegriffen. Ja, ja. Von da, wo wir kommen. Da ist auch einer. Oh, das ist nicht gut. Ich muss mich immer eben regenerieren. Kalle, ich komme hinter dir. Also, ich laufe hinter dir. Problem ist halt, wir werden richtig hart attackiert. Den haben wir. Alter, Kalle, den haben wir. Ich habe noch einen. Schönes Ding. Okay, es sieht sehr wüst aus, aber ich glaube, wir sind in einer guten Position. Macht die alle weg. Hier ist ein Kristall zum Aufheben. Alter, das ist sogar ein Taui. Das ist ein Taui. So, ich nehme ihn. Ich nehme ihn. Wir nehmen ihn alle am besten. Finde ich gut. Alter, Wallachfeld. Alter, wir haben alles ausgelöscht. Wir sind Vierter. Wir haben alles geschafft. Wir sind Letzter fast. Wallach, gegenüber Spieler. Wir sind sogar Letzter. Ja, wir holen. Leute, Leute, Leute. Ja, ja, ja. Boah, Waffenupgrade wurde installiert. Ja, der haut ab. Der ist komplett weg. Der hat Angst. Nächstes Waffenupgrade wird installiert. Gleich wie gut ist. Noch nicht schießen. Jetzt. Noch nicht schießen. Oh, da liegt noch ein Kristall. Den müssen wir äklamen. Die haut ab. Die haut ab, Leute. Die können wir nicht hinkommen lassen. Ja, ja, hinterher. Wir sind Erster. Platz eins. Die sind vor uns. Einfach immer zwischendurch anhäten, dann kann er nicht regenerieren. Hier ist noch ein Kristall. Ich würde den nochmal aktivieren, so ganz nebenbei auf Bruderbasis. Gerne, gerne. Aber die müssen wir hier töten. Wir rennen denen halt die ganze Zeit hinterher. Das ist das Donne. Ich kümmere mich jetzt hier um den Kristall. Ja, aber bitte nicht zu weit splitten. Wir wollen zusammenbleiben. Das haben wir im Gulasch Squad Meeting gesprochen. Ich habe hier eine Drohne. Alter, bei Papus sind 80 Milliarden. Ja, ich versuch's ja. Ich habe hier schon richtig viel getötet. Bei mir, bitte. Die kommen schon. Richtig viele. Das hat Leben. Schafft ihr es oder? Ja, ja. Ich komme da nicht hoch. Ich hatte vorhin eine Granate angefordert, aber ich habe das Ding verpasst aus Versehen. Ich glaube, ich habe sie dir weggesnickt. Echt? Hast du eine? Ja, ja. Okay. Ich habe alles. Ich komme wieder zu euch. Granate wurde angefordert. Kannst du dir nehmen, Hanno? Danke. Ey, da ist jemand an unserem Ding. Was? Wir haben vier. An unserem Ding bedeutet? Oh, jo. Gegner, Gegner. Wird aber attackiert. Ich finische den. Okay, wir haben... Wir haben es aber... Arbin? Ist das noch einer? Da ist noch einer. Das sind die, die eben weggelaufen sind. Eliminiert. Der andere ist hier direkt. Ja, der ist auch... Ich habe auch sehr viele Granate gewonnen. Da ist noch ein Spieler auf 60. Arbin, der hat mir so... Ach, das Ding jetzt aber abgeschlossen. Ja, ja, haben wir alle. Schön! Achmed Hamdula! Wir sind erster Platz, erster Platz. Das müssen wir so... Tempo beibehalten. Tempo beibehalten. Tempo-Taschentücher. Wir müssen halt weiter Aufträge machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir bräuchten nochmal einen dicken Kristall. Dann kriegen wir nochmal richtig viele Punkte. Wir haben einen kleinen Vorsprung. Also wenn wir es beibehalten, bleiben wir erster. Wallah. Dann bitte hier zu Papu und mir kommen. Hier sind die Gegner. In der Halle, in der Halle. Nebenbei die Speyer und sowas alles verspeisen. Der könnte aufs Dach sein oder so. Nee, nee, der ist hier hinten lang. Bin bei dir gleich Max. Ist der rechte oder links gelaufen? Keine Ahnung. Rechts. Oh, ist wieder voll regeneriert. Der haut rein. Wir machen das Ding hier. Oh, wow, wow, wow. Ich kriege richtig Aua von den Viechern. Ja, ich komme zu dir. Du hast den Kristall jetzt getroffen. Ja, ja, ich packe den wieder ein. Müssen die Drohne aufheben. Drohne aktiviert. Hier hinten ist noch ein großer Kristall. Halt mal die Augen offen, ob die da kommen. Aber es muss ein richtig großer sein. Ja, der ist halt mega groß. Noch drei Minuten, ne? Ich habe noch einen Marker gesetzt. Den würde ich hier noch mitnehmen. Ein bisschen aber übel weit vorne. Ja, das stimmt. Rassi, leicht brauchen wir es auch gar nicht mehr, ne? Wir gucken mal, wie groß ist der denn? Massiv. 600 bringt der. Okay, das reicht gerade so. Das reicht, das reicht genau. Ja, und danach aber abfahrt er nach Hause, du. So, Hälfte haben wir. Die weg machen, man. So viel Geld, ich weiß gar nicht, was wir machen. Wir können uns sogar Autos kaufen gleich. Ich mache mal ein paar Autos, klar hier. Alter. Hol dich schon mal ein Auto. Ich kann auch nicht. Ich brauche noch ein bisschen mal nicht. Okay, dann hole ich die. Ich kaufe dir auch eins. Hier, ich gebe ein Auto. So, Kristall ist gleich fertig. Ich sammle einen. Ihr könnt schon mal in die Autos einparken. Hier ist noch so ein roter Kristall, ne? Den kann man mitnehmen. Wir sind fertig, wir sind fertig. So, Abfahrt. Zum Extrahierungspunkt. Oh, wir haben nur noch 35 Punkte Vorsprung. Also, es ist eigentlich ganz gut, dass wir es noch gemacht haben. Dann wollen wir raus. Sagen, oder? Go, 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 go. Okay, auf, fahr, fahr, abfahrt, abfahrt. Abfahrt. Raus hier. Jawohl. Evakuiert. Ja. Lass mich. Schalalala. Schale. Wir sind der Erster mit 290, ne? Wir gucken jetzt nochmal die letzten 20 Sekunden, aber ich glaube, wir sind die krasseste Mannschaft im ganzen Spiel. Sehr gut. Ja. Easy win. Warte, aber jetzt müsste nochmal der Abschluss kommen. Du hast das Match gewonnen. Ja. Gut, Leute. Also, das war es mit The Cycle von unserer Seite. Die anderen haben auch hier dann ein Video gemacht. Unnormal. Aktiviert die Glocke. Aktiviert vier Klingglückchen. Das Gulasch-Squad meldet sich erstmal ab. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.